Wir sind live und Agario, ja, wie gerade angekündigt, werden wir jetzt Party spielen. Create, creating party. Ich schicke euch dann auch direkt den Linker. Und ich hoffe, dass im Hintergrund die MySQL-Datenbank geladen wird, importiert wird. Ich kann nur hoffen. I can't really tell. Ja, ja. Wie lange laut ist das Creating Party denn genau? Ich hab das noch gemacht. Okay, nochmal Refression. Party. Create. Ha! Ja, manchmal ist es einfach. Einfach nicht einfach. Nightwatch left, Polas. Nightwatch left? Ne, hat er doch geschrieben. Game updated to Agario. Hä, wieso? Hava. Gelaber. 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 So, Nick MetaUnion on YouTube. Ah, weil ich Twitch nicht schreiben kann. Twitch MetaUnion? Ah, gerade so. Ah, ich mag's übrigens so zu spielen, hab ich gemerkt. Meine Masse anzeigen. So komplett, jeder sieht aus wie der andere. Zack. Okay. Okay. So. Müsst ihr der Party eigentlich joinen? Ist die jetzt sowieso offen für alle, oder wie genau läuft denn das? Ich weiß gar nicht. Ich hab noch nie ne Party gemacht. Du hast dann auf Blaui bei getreten und er hat mir nur den Link geschickt und dann war's es. Ich weiß nicht. Muss mir nebenher die S-12-Dingens anzeigen sonst. Sonst hab ich das Gefühl, dass da... Oh, der Team kann jetzt mal sterben, egal. Oh, hier kann ich wirklich gut fressen, ne? Ja, so zum Beispiel. Das hätte gut funktioniert. No! Error at line lost connection to my SQL Server during query. Oh, nee! Now, what do I do? Oh, shit. Jetzt geht's, wie höre ich denn die Timer dann lost connection to my SQL Server during query. War ja klar. Sometimes the during query happens when millions of rows are being sent as part of one or more queries. If you know that this is happening, you should try increasing net read time out from its default of 30 seconds to 60 seconds or longer. Sufficient for the data transfer to complete. More rarely it can happen when the client is attempting to initialize connection to the server. In this case, if connect time out value is set. Oh, nee. Für die second. Nee. Oh, ihr könntest ja alles sehen, ne? Oh, schön. Gar nicht dran gedacht. Ähm... Ich muss das einfach machen lassen. Hab jetzt, hab jetzt keine Zeit dafür. Aber vielleicht wird's recht schnell gehen. Jetzt muss ich nur wieder... Ähm... Das heißt, ich müsste jetzt virtuell auf den anderen Server gehen. Nee, das sag ich dir auch nicht. Das sollt's erhöhen. Fla. Fuck it. Nee, nee. So, scheiße. Ohne Witz. Ohne Witz. Wir... Witz. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend direkt um 19 Uhr zum Stream komme. Komme. Ich hoff's halt. Oh ja, SpongeBob feedet mich. Danke. Danke. Good guy. I like. Oh, hier sind voll viele. Mein Gott. Ohne Witz. Aber... Uncool. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich schaff die alle nicht. Danke Yassi für den Befehl von IP ändern und so. Ey, komm halt her du. Bitch. War ja klar. Klar, dass es genau nicht reicht, was sonst. Wär ja zu einfach gewesen. Ich schlingel mich hier durch. Fickt euch. Fuck you. Ich tapp's mal rum zu machen. So. Ja, Blaui. Das Skript. Ich glaub dir, dass das cool aussieht. Aber... Nee. Nee. Sorry. Echt. Much sorry. Aber ich halt das für... Bisschen unnötig. Aber das Bild sah ja cool aus, wo du so riesig warst, Blaui. Das hat mir gefallen. Oh komm. Ich wär... Was zum... Oh jetzt... Nervt's mich aber. So viele kleine Leute und ich könnte sie alle fressen. Aber nein. Oh Gott ey. Ja ja, wenn ich irgendwen von euch treff, können wir... Fickt euch alle. Können wir schon ein bisschen Team machen. Wofür ist die Party sonst da? Teamen eh alle. Schaut euch die obersten zwei an. Das sind ja zwei chinesische Schriftzeichen, Menschen. Kommt zu 00. Wo ist 00? Null. Sag links unten, rechts unten. Ich hab kein... GPS. Oder ist 00 mittendrin? Nein Army! Nein! Nein! Uncool. Höchst uncool. Linke untere Ecke. Alles klar. Wot ihr macht. Uh. Okay, dass der mich nicht fassen konnte. Oh! Night Army, ich lock jetzt hier diesen Matt wahrscheinlich zu dir. Uncool. Das gefällt mir gar nicht. I highly dislike! Nice! Hallo Night Army! WTF? Soviel zum Team. Fiegt mir. Gott, ich werde das gleich gefressen ey. Noooin! Hallo Night Army! Dankeschön! Hehehehe! Schieß doch nicht daneben! Gott dammit! Oh oh! Nie! Gott! Hehehehe! Ja, Night Army! So geht's auch mit dem Teamen! Oh Gott! Tag das wird mich gleich fassen! Gott ey! Irgendwie ist das hier ein mega durcheinander! Hört mich, bruh. BRUH! Goddammit! Team gleich win, wenn wir ein bisschen. Fuck you, Jumbo! Oh, goddamn Himmel! Ja, ich komm wieder, Night Army. Gib mir Zeit. Ja, ich bin da. Tschau. Oh, ich komm nicht dran. NOOOOOIN! Was gibt der denn zum Fressen? Der gammelt die ganzen Kla- OH NAH! NOOOOOIN! Nein, das wird mit uns zwei wohl nix, wa? Irgendwie. Ich weiß ja nicht, wie wir das machen, aber... Wir schaffen das zusammen nicht. Wir sind zu dumm. Man, dude, echt. How stupid am I? Das gibt's ja gar nicht. Okay, okay. So, jetzt. Nochmal. Klappe die zweite und so. Drei FPS bei Blaui? Nice! Have fun! Have fun! Good luck! Oh oh, Putin wird mich fressen. NOOOOOIN! Get the fuck off, Putin! Big Fat Ne- Are you serious? Are you serious? Das fällt sich für mich auf, der Hurensohn! Jetzt, jetzt findet ihr so ein Spast! Fickt euch und eure Teams! Ohne Spast! Come to da Decke! Äh, ja, ich... Ähm, guck jetzt was nebenbei. Warte, warte. Lass mich hier so machen. Ja, so machen. So. I'm happy! Okay. Dem Lächster. Die Decke! Und wo genau hin zu der... Pfff! Hut! Toll! Danke Night Army! What the fuck! Der Hurensohn! Ah, ich versuch wieder links unten runter zu kommen. Aber ich glaub wir sollten erstmal versuchen alleine zu überleben. Das wär schon mal nicht schlecht. Nur einmal in meinem Leben will ich groß sein. Bitte! Sei doch nicht so zu mir. Oh, Gott! Der war knapp, ey. Scheiß! Ja, wenn wir beide im Scoreboard sind, erst teamen... Ähm, das könnte ein bisschen dauern. Toll. Hier wieder die Leute, die die anderen feeden. Ich... I like so much. Dankeschön, lol man, lol. Jo, gib mir den! Dankeschön! Der teilt sich jetzt nicht für mich auf. Nein. Der würde so dumm sein. Nein! Fuck! War knapp. Woho! Ach komm, ey. Ich will auch mal was abhaben! Die Vorteile des Skripts. Ja, ja, von mir aus glaub ich ande. Ja, du hast eh voll viele, glaub ich, installiert. Also voll viele Mods, ne? Und nicht nur 1, 2. 2. Douche! Fick dich! Bist jetzt dran, echt. Fuck me! Komm, bin ich ja entdecken. Mehr Douche für mich! Help me be first! Ja, okay. Genau. Sicherlich nicht. Oh, was? Kann ich dir nicht fassen? Haaaah! Der war knapp! Ach, du Scheiße! Oh mein Gott, ey. Hört auf euch zu fiechen hier, echt ey. So ultra uncool. BRUSHER! Ne, BRUSHER! Herstellerin vor, das Agario hat, soweit ich weiß, nur eine offizielle Mod. Das Agario Mods Event, was Evergreen Script. Okay. Und das ist das, das du hast. Dann nenn mir doch mal die Vorteile, wenn du möchtest. Ey, fuck. Ich krieg hier niemanden. Niemanden dran. Und es sind so ultra viele Leute hier drin unterwegs. Meine Nase. Meine Nase. Gott, du hast ihn nicht gesehen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich wüse mich nicht so näher mitbekommen. Ich teile mich, meine cellulares Leben und hab' zu vertreiben. Nage-Nage-Nage ! Hinsiedidung! Nage-Tage-Nage! Crap ey. Ohne Szen-Nage-Nage. Nage-Nage-Nage-Nage-Nage-Nage-Gespa-Nage-Nage. Hau! Der war besser. Der war schon besser. Oh nö! Ich hab ihn fast schon gefressen! Oh Gott! Dead Face! Dead Face of Doom! Es gibt hier so viele Leute, das ist faszinierend. Oh Gott. Wenigstens einen hab ich wieder gefressen. Jumbo, why you so big? Scheiße. Ich glaub Night Army, das könnte bei mir noch ein Weilchen dauern, bis ich auf dem Scoreboard bin. Aber wir können dann gerne teamen, falls es mal so weit kommt. Die Party ist irgendwie so, ich weiß nicht, so mega random. Das sind immer so viele und so viele große und so viele kleine, alle auf dem Haufen. Keine Ahnung. Irgendwie weird. Ich will... etwas töten. Toll. Wieso fliegen die Leute... Fliegen die denn nicht in mich mal rein? Oh meine Güte. Nein. We could see clearly now. We could see clearly now. We could see clearly now. Gefressen. Toll. We could see clearly now. Den da. Der war jetzt richtig gut. Total ist der das. Ah, das hilft mir, ne. Oh, ey. Hallo. We could see clearly now. What the? Nein! Scheiße. I will kill you. I will kill myself. I have to trust you. Scheiße. Fuck my life so hard manchmal. Ah ja, probieren wir unser Glück kaum. Zack, zack, hier ein bisschen. Es ist immer so, man ist mal wieder ein Stückchen groß und dann wieder nicht. Und dann... Wird man wieder mega viel gefressen. So wie der jetzt gerade. Fuck you! Wuhu! Ja, ich lass mich jetzt fressen von Nick, ey. Die ganze Zeit so ein Auf und Ab. Richtig krass. So ne komische Runde hab ich schon lang nicht mehr gespielt. Hi, I'm Crash! Was geht ab? Du darfst mich übrigens gern vorlassen nennen. Nicht unbedingt Meta-Union, aber das ist dir überlassen. Wenn du Meta-Union sagen möchtest, bitte. Aber eigentlich ist Meta-Union die gesamte Community. Und ich heiße alleine nur vorlass. Trotzdem natürlich herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Nein! Nein! Schaut euch das an! Ich war so gut überrendet. Ah, fuck, fuck. Sau uncool, echt. Okay. Okay, das war fair. Ja, das war. Verdammt. Muss das immer sein. So riesen Dinger, die sich für einen aufteilen. Ohne Spaß. Denkt man sich so, hättet ihr das nicht irgendwo anders machen können? Und nicht bei mir, wenn ich so klein bin im Vergleich zu euch. Da halt, bei dem Dexbro könnte ich es jetzt verstehen, wenn wir sich aufteilen. Jetzt schafft er es wahrscheinlich nicht mehr. Boah, blauig. Das kann ich jetzt nicht alles lesen. Warte mal bis ich tot bin, dann lesen sie auch vor. Dein Hashtag Antolas. Oh mein fuck! Leckt mich! Ah, dammit. Alter, ist das eine verrückte Party hier echt. Zockt ihr heute noch andere Games? Äh, ja, aber erst später wieder. Ich geh nachher zu meiner Freundin. Beziehungsweise bringen wir hier Zeug vorbei und so. Und geben wir hier noch ein bisschen Essen. Äh, ja. Ja. Aber dann irgendwann heute Abend werde ich noch andere Spiele spielen. Wahrscheinlich Ark. Geh ich mal stark von aus. Wir müssen unser Haus, unser neues noch fertig bauen und Elowin dahin begleiten. Der wartet schon lange drauf. Spielt schon 14 Level lang alleine, der arme Juni. Achja, komm. Gönnen wir uns mal. Oh ne. Oh ne! Warum sind da so viele große? Geht weg. Halt mir fern. Ich will euch nicht sehen. Nein, Arme, wie läuft's bei dir so? Scheiße. Bruh. Sag mir, wie's bei dir läuft. Ich will mich nicht mehr weiter. Oh ja. Der war nicht so schlecht. Hab 1400 score. Oh! Joa. 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 Geht. Dann bist du jetzt ziemlich nah dran am Scoreboard. Schätze ich mal. Mal den Schätzungen, den Standardschätzungen nach. Alter! Ach, wieso kriegt der mich fast? Nein! Get the fuck up! Jetzt 1700. Alter! Bei Night Army läuft's voll. Scheiße. Junge. Die Leute fliegen wohl mit Absicht in dich rein. So wie das klingt, ey. Oh oh. Earth ist definitiv größer als ich. Ich muss zunehmen. Ich muss an, an Masse gewinnen. Fuck! Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Das, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Was? Ah! Nein! Oh mein Gott! Nein! Nein! Du Huretson! Du Huretson! Ah! Ah! Oh! Ja, Blaui, das denk ich mir. Deine FK waren mit dem Screenshot, das was du geschickt hast. Alter! Ich war so gut dabei! Och, Manu! Oh! 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 Wirille, ich glaube. Die Vorteile sind keine Vorteile, mit denen gecheatet werden können eigene Skins, die von anderen Mod-Nutzern gesehen werden können. Um Gago zu schließen, erweiterte Statistik zum Beispiel Graf während das Spiel oder ein Benchmark geändert,e Einstellungen werden geschweichert alt plus 1, die du bereits auf der Seite verschwindet hast. Alp und zwei FPS-Anzeige, Sound-Effekte und Hintergrundmusik, die manchmal echt seltsam klingt. Koordinaten im Party-Modus. Nein, jemand splittet den Virus in mich rein. Oh Gott. Ja, ja. Night Army, ich kenne das Gefühl. Da lief es gerade eben noch ganz gut und dann im nächsten Moment ist man am Arsch. Dann denkt sich so, was habe ich gemacht mit meinem Leben. Ich probiere es. Ja. Ja, okay. War, war okay. Aha! What? Ah! Oh, okay. I hate all of you. Alle. Überhaupt. Scheiße. Scheiß doch drauf. Wie wollt ihr eigentlich nachher, dass ich den Stream halte, wenn ich weg bin für eine Stunde oder so, schätzungsweise? Soll ich, ähm... AFK-Screen habe ich gar keinen mehr. Oh, kacke. Stimmt. Mist. Ähm. Ich kann natürlich hier einfach irgendeinen Screen zeigen und dann... Hatten wir noch mal schon wieder? Oh ja. Ich glaube nicht. Ähm. Ja, wollt ihr, dass ich irgendeinen Screen zeige und einfach Musik im Hintergrund laufen lasse? Äh. Oder soll ich lieber... hier... keine Ahnung, ausmachen? Soll ich irgendwen hosten? Ich bitte um ein paar Vorschläge. Was würdet ihr denn gerne haben sehen? Nein! Jeff! Jeff! Ich bin Jeff! Oh, danke schon. Oh, der Dodge! Ah, 2. Jetzt kommt Chaka. Oder auch nicht. Nein. Äh, Blaui. Der Text ist schon in Ordnung. Also, Yassi, wenn ich den anderen Screen reinmache, dann mache ich aus und mache auch wieder neu den Stream an. Dass du... Dass ich da nichts Sinnloses hochladen müsste oder halt exportieren. Oh, das ist scheiße. Oha. Oha. Das ist doch diese Eloine. Oder Night Army. Oder Blaui. Das weiß man nicht. Du bist selber scheiße. Hihihi. Let's have a bit of fun till I downfall. My love. My love. Selber scheiße. Stopp. Wer ist das denn? Versteckt euch nicht. Zeigt euch. Ah, Gott. Wer spielt hier heimlich mit? Oh, komm her. Oh, Gott. Schau man da. Ich will Eeeeeeerth! No! Night Army, warst DU der Vorlass ist scheiße? Kannst du nicht sein. Er sagt, er hatte 1800, das war er nicht. Wer ist das? Zeigt euch! Bestimmt ist es Mezzo. Spielt heimlich mit. Hatet mich. Ich glaube, er wurde soeben gefressen. Also diese Vorlass-Hater. Jetzt bin ich fuck this game. Okay. Hey, ich wollte euch nochmal Danke sagen, dass ihr etwas gesagt habt. Ich schwenke das Spiel im Wert von 10 Euro. Du kannst mir auch eine Paysafe-Karte von 10 Euro spenden, wenn du möchtest. Aber ist dir überlassen. Du darfst mir auch gerne ein Geschenk schicken über Steam oder so. Keine Ahnung. Mach das wie du möchtest. Ich hau heiß auf Steam vor, lass 1-2-3-7 denn. Falls du dir die Mühe machen möchtest. Das fände ich echt nett. Ähm, aber... Nö, zwinge ich dich nicht dazu. Das ist deine Sache. Och komm, kann ich mal jemanden fressen? Nee. Ich bin cool echt. Ich bin cool echt. Ich bin cool echt. Ich bin cool echt. Oh nein. Oh f*** ich! Boah. Boah. Alter. Fuck my life gerade echt. Ja, ich muss es dann eh ausmachen. Das ist jetzt mein letztes Leben. Mein letzter Versuch. Und wenn der jetzt instant am Arsch ist, ist es mir auch egal. Der war so dumm. Oh mein Gott. Hm. Okay. Dann sind wir fertig mit dem. Ah. Ah. Ne, Quatsch. Asimob. Ich werde jetzt erstmal den Stream beenden. Ich bin aber wahrscheinlich nachher, keine Ahnung, gegen 19 Uhr oder sowas wieder da. Das sage ich jetzt einfach mal. Ähm. Und versuch dann... Ark oder so zu streamen, schätze ich mal. Ähm. Möchtet ihr noch, dass ich irgendwie was, irgendwas reinmach, wenn ich, wenn ich jetzt gehe? Musikmäßig oder... Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schlagt mal, schlagt mal irgendwas vor. Das war ich eh schon wieder von Mona angerufen. Moment. Ja, Moment. Ich möchte jetzt mal eins, oder? Wie geht es dir? Ja, Moment. Ich möchte dich mit mir. Ich möchte dir das mal ansehen. Ich möchte dich mit mir ab. Ich möchte dich mit mir ab. Es ist oben, wenn ich mich damit auf. Und ich möchte mich bei mir ab. Okay, ich muss Mona nur mein Zeug vorbeibringen und dann, äh, scheiß drauf, dann kann ich wieder zurück. Also lohnt es sich gar nicht groß irgendwas reinzumachen. Okay, dann bin ich wahrscheinlich schon, äh, halbe Stunde vielleicht wieder da. Bis dahin, ich wünsche euch noch viel Spaß, äh, ich fang gleich mal an zu exportieren, Jassi. Bis denn, ich bin raus. Bäm! Abschluss muss ich, blululul.